Bevor das Video beginnt, ich habe gerade gesehen, dass einfach über 50% von den Leuten, die meine Videos schauen, mich nicht abonniert haben. Also ja, falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt, vergisst nicht zu abonnieren, würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, los geht's mit dem Video. Ich habe mir gedacht, jetzt zum Anfang der Season verlose ich dreimal den neuen Battle Pass. Um mitzumachen, müsst ihr einfach nur einen Kommentar unter diesem Video schreiben und euren Insta-Namen dazu, damit ich dann die Gewinner anschreiben kann. Auf jeden Fall werde ich gleich einfach ein paar Runden spielen und ein bisschen die neue Map abchecken. Vergiss nicht im Shop den Creator-Code ARENAFANN einzutragen. So, hier die neue Map. Alter, was Neo tiltet. Mega Mall statt Retail. Habe ich dann auf jeden Fall tiltet. So, komm. Hier würde wahrscheinlich die ganze Lobby landen, aber scheiß drauf. Also ist auf jeden Fall alles so modern gemacht. Was ist das in der Luft? Was? Alter. So, da ist anscheinend die neue Pump. Es gibt ja die normale Pump leider nicht mehr. Nur noch diese und die Tag. Ja. Macht auf jeden Fall Bock. So, nächste Runde. Ich lande einfach mal jetzt Retail. Also, Megamall. Nicht mehr Retail. Was passiert, wenn man da drauf landet? Ah, geht gar nicht. Ja, nice. Jetzt sind alle vor mir da. Also das soll anscheinend dein Einkaufszentrum sein. Oh, die Dinger muss ich auch gleich noch ausprobieren. Das dauert doch erstmal ein paar Tage. Bis ich mich halbwegs hier überhaupt auskenne. Nein. Du spät getanzt. Alter, zum Glück noch bekommen. Kampfschrotflente wieder. Alter, wie klein ist das? Das, äh, wie nennt man das? Fadenkreuz. Also die macht ein Lila 77,4 Schaden. Also man kann auf jeden Fall keine One-Pumps mehr geben. Das ist klar. Aber du schießt halt mega schnell. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die... Ich weiß jetzt nicht, ob ich lieber die normale Schrotflente, also die hier spielen soll, oder die Tag. Weil es macht halt gar keinen Bock mit der, weil das Fadenkreuz so klein ist. So, ich fahr jetzt noch ein bisschen. Nice. Aber die macht, glaube ich, auf Range richtig viel Schaden. Ah, okay. Die ist auf jeden Fall auf weite Range richtig gut. Oh, ja. Oh. Wenn du nicht schaden, mach sie bitte. Was? Im Nahkampf macht die ja so wenig Schaden. Beziehungsweise, wenn man nicht richtig trifft. Wie viele Hits habe ich dir bitte gegeben? Ja, ich muss auf jeden Fall mal die nächsten Tage ähm... Alter, dieses Spiel ist halt so schlecht geworden. So, nächste Runde ich hier wieder tiltet. Ich spiele, denke ich mal, nur noch ein, zwei Runden, weil ich habe gerade irgendwie gar keinen Bock. Vor allem, wie ich gerade gestorben bin. so. Nice, grün-Attack. Okay, unter mir sind welche. Was? Wow, nur noch 20 Leben. Also klar, ich muss noch ein bisschen länger spielen, aber ehrlich gesagt, finde ich die Season bis jetzt gar nicht mal so geil. Also, ihr könnt ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie ihr die Season bis jetzt findet. Also, eure ersten Eindrücke. aber, keine Ahnung. Gefällt mir jetzt nicht so. Vor allem wegen den Pumps. Alter, was ist das hier? So, komm, ich benutze mal diese Teile hier. Die habe ich noch gar nicht ausprobiert. Wow. Oh, komm, eine Runde spiele ich noch. Ich land mal hier. Wenn man da überhaupt landen kann. Und ich frage mich immer noch, was diese Teile da in der Luft sollen. Oh, da hatte die Pump. der hätte mit der Pump weiterschießen müssen. So, hoffentlich schaffe ich den noch zu trinken, bevor einer kommt. So, Mini oder? Ja, kommen Minis. Obwohl, er hingegleitet, lasse ich einfach auch liegen. Aha. mein Gott, dieser Laser. So, das ist meine. So, ich komme wieder nach Tilted. ja, da fighten auch schon welche. Warte mal, kann die hier weiterfliegen? Was? Ach so, da wird die ganze Linie angezeigt, wenn man überall fliegen kann. Ah, okay. Ja, okay, das ist auf jeden Fall geil. Okay, man kann mit der Waffe auf jeden Fall mega schnell schießen, aber die macht halt richtig wenig Schaden. So, da ist noch eine Kiste. Hä? Alter, was? Junge, mach doch nicht so ernst. So, jetzt gehört er mir. Alter, all die Südhässe. ich dachte, ich wäre low. Der hat mir doch so einen roten Hit gegeben, oder nicht? ich wurde gesnizt. Ich wurde gesnizt. Wurde ich gerade gesnizt in der Luft? keine Mets mehr. Fuck, was soll ich jetzt machen? Hey, hey, Also, das war's doch schon mit dem Video. Ich hab gerade echt keinen Bock mehr. Es macht einfach keinen Spaß. das Richtig-Code Arien und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.